Am 17.02.1989 wurden wir an den Schauplatz eines grauenhaften Verbrechens gekommen. Ein schrecklicher Mord an einem Computerschwitz. Er geschah in jenem Stadtteil der Dunkelheit. Die Opfer schienen geradezu am Telefon gestorben zu sein. Wir hatten Täter, wir hatten Opfer, wir hatten Beweise. Wir kamen einer grauenhaften Mordserie. Langsam um die Spur.